Hallo liebe Gorilla-Fans, heute ist der 4. Dezember und ich wurde schon häufig gefragt, Carola, du bist ja bei den Gorillas die Impro-Schul-VC, du betreust ja die ganzen Kurse. Wie arbeitest du eigentlich? Wie sieht dein Büro eigentlich aus, wenn du uns die ganzen Mail schreibst? Und heute ist es soweit, ich zeige euch heute mal mein Reich, mein Büro. So, folgt mir einfach mal. Das ist hier jetzt meine Bürotür, in meiner Lieblingsfarbe auch gestrichen, habe ich Wert drauf gelegt, haben die Gorillas auch gleich gesagt, ja klar, machen sie, nehmen sie das Geld in die Hand und ich öffne jetzt mal die Tür. Das ist mein Arbeitsplatz. Und ihr seht, ich habe mir das sehr gemütlich hier auch gemacht, natürlich jetzt, wenn es so ein bisschen kühler auch ist, dann schmeiße ich schon auch mal den Rasenmäher an, dass der so ein bisschen Wärme in die Bude bringt. Und dann seht ihr hier auch, ich bin ja Impro-Schulfee, also ich, manchmal hexe ich ja auch und das ist ja mein, mein Zauberstab, den ich habe. Genau, also jetzt habt ihr es mal gesehen, das ist mein Arbeitsplatz und jetzt habe ich natürlich auch noch eine Aufgabe, also es gibt ja was zu gewinnen an diesem heutigen 4. Dezember und das ist was ganz Besonderes, nämlich ihr gewinnt ein Meet & Greet mit mir. Ich höre gerade aus der Regie, es gibt doch noch ein besseres Geschenk für euch und zwar gibt es einen Gutschein für einen Impro-Schulkurs bei uns, nämlich einen Schnupperkurs. Den könnt ihr verschenken oder selber machen, Impro lernen, weiter schenken, tolle Sache. Gerade jetzt insbesondere, wo die ganzen Regale vor Weihnachten Lehrer werden. Gute Idee. Genau, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bleibt gesund, bleibt optimistisch und vor allem bleibt Impro. In dem Sinne eure Impro-Schulfee C. Tschüss! Gute Idee. Nehmen wir einen Linken? Entschuld inhale, allein. Untertitelung des ZDF, 2020